Hallo liebe Pilzfreunde! Ihr werdet nicht glauben, was ich gerade im Wald gefunden habe. Das ist das absolute Highlight dieses Frühjahrs. Deswegen, liebe Pilzfreunde, einen Moment, jetzt geht's los. Heute ist der 11. März 2020. So früh wie dieses Jahr war es noch nie. Böhmische Werbeln. Eins. Zwei. Oh, das war ein Baum. Zwei. Und dahinten ist auch schon die Nummer drei. Ja, wunderbar. Dann geht's jetzt bald mit den Morgeln los. Ich freue mich. Bis bald!